Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Letztes Mal haben wir dieses kleine Diffie-Helman-Schlüsselaustauschprotokoll hier durchgeguckt. Ja, das ist eigentlich ein Protokoll. Und ja, ein paar von euch haben sich jetzt wahrscheinlich gedacht, warum Alice und Bob können zwar ihre Schlüssel berechnen, aber jeder, der hier G hoch X und G hoch Y anguckt, der kann das ja auch ganz einfach berechnen, indem er einfach mit dem Logarithmus arbeitet. Und deswegen zeige ich euch heute das D-Log, das Problem des diskreten Logarithmus und warum das Ganze als hartes Problem bezeichnet wird. Da werden wir noch ein paar andere harte Probleme in Anführungsstrichen bekommen. Aber heute soll es nur um das gehen, logischerweise, denn sonst wäre das eindeutig zu viel. Okay, und zwar, was versteht man unter einem harten Problem? Also wir haben hier nochmal dieses kleine Schlüsselaustauschprotokoll, was ihr hier seht. Alice schickt an Bob G hoch X und Bob schickt G hoch Y an Alice und die beiden potenzieren einfach mit ihrem X beziehungsweise Y auf der jeweiligen Seite und bekommen dann am Ende denselben Schlüssel, den geheimen Schlüssel, den sonst niemand kennt, G hoch X mal Y. So, rein mathematisch jetzt gesehen, kann einer, der hier alles überwacht, also ein Lauscher namens Eve, kann hier alles überwachen und der erfährt G hoch X und er erfährt vor allem auch G hoch Y. So, und jetzt kann man mathematisch sagen, ich könnte doch jetzt einfach den Logarithmus davon ziehen. Also zum Beispiel erfahre ich ja hier oben auch, wie wir sehen, G selbst. Und wenn ich G habe, kann ich ja einfach den Logarithmus, komm schon, den Logarithmus zur Basis G von G hoch X ziehen. Das ist jetzt mega mathematisch, aber im Prinzip, was hier passiert, ist folgendes. Rein von der Mathematik, ja von der theoretischen Mathematik, nicht in der Praxis, kann man hier sagen, Logarithmus zur Basis G, hier werdet ihr normalerweise ein E bisher gesehen haben, falls ihr den Logarithmus gesehen habt, von G hoch X liefert mir immer X. So ist der Logarithmus ja definiert. Auch wenn ihr einfach mal in der, keine Ahnung, Oberstufe oder so aus Mathe hattet, so ist der Logarithmus definiert. Das heißt, ich kann hier theoretisch einfach mein G hoch X, äh, mein X ausrechnen, wenn ich G hoch X erfahren habe. Genauso kann ich das natürlich auch mit G hoch Y machen. Da ziehe ich dann auch wieder den Logarithmus zur Basis G von G hoch Y und das liefert mir Y. Und dann habe ich ja eigentlich X und Y und kann es sogar einfach so berechnen, G hoch X mal Y. Das ist eigentlich theoretisch total easy. In der Praxis gibt es aber keinen Algorithmus, der das hier berechnen kann. Zumindest nicht effizient. Wir können es brute forcen, das geht. Aber effizient berechnen, also wirklich so wie wir das in Taschenrechner theoretisch eingeben würden, das geht nur mit Tabellen und mit brute force. Und wenn wir, also für manche Gruppen, und deswegen brauchen wir hier so eine zyklische Gruppe, und diese Ordnung Q wird normalerweise als Primzahl gewählt. Ihr erinnert euch, Primzahlen 2, 3, 5, die halt keinen Teiler haben, außer 1 und sich selbst. Das sind Primzahlen. Zu Primzahlen werden wir wahrscheinlich noch ein gesondertes Video machen, vor allem wie man sie generiert, denn da gibt es auch nicht wirklich effiziente Ansätze. Aber wenn man hier jetzt die Ordnung Q als Primzahl wählt und eine zyklische Gruppe hat, dann rechnet sich dieses G hoch X ja immer Modulo. Das heißt, G hoch X kann dann auch wieder von vorne anfangen. Hatten wir in dem Video über zyklische Gruppen gemacht. Schaut euch das vielleicht nochmal an. Also G hoch X liefert mir nicht unbedingt wirklich dieses G hoch X, sondern es liefert mir vielleicht auch einfach eine Zahl, die eigentlich in der Gruppe kleiner ist. Warum das so ist, wie gesagt, schaut in dem Video dazu nach. Okay, also dieses Logarithmus zur Basis G müsste eigentlich hier mit einem Modulo noch eingerechnet werden und das ist ziemlich, ziemlich kompliziert. Das können wir Menschen auch nicht wirklich effizient, logischerweise. Wir können sowieso nicht so gut rechnen wie PCs. Aber ein PC oder generell ein Algorithmus kann hier auch nichts machen, außer das Ganze zu Brute-Forcen, sprich jeden Wert X ausprobieren, ob der mir mein G hoch X gibt. Es gibt ein paar effizientere Algorithmen, aber die laufen auch nicht wirklich schneller und deswegen wird dieses Problem für solche zyklischen Gruppen als hart angesehen. Hart bedeutet, es gibt nichts anderes außer Brute-Force-Ansätze, um dieses X hier rauszufinden. Und deswegen gehen wir einfach mal davon aus, dass dieses Schlüssel-Austausch-Protokoll hier sicher ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ist dieses Problem tatsächlich hart? Nur weil wir noch keinen Algorithmus gefunden haben, der das Ganze effizient berechnet, heißt es nicht, dass es keinen gibt. Und das ist eine sogenannte Schwachstelle oder wie man es auch nennen möchte, Schwachstelle in der Kryptografie, dass wir von Sachen ausgehen, die wir als hart bezeichnen, aber eigentlich nicht sicher sind, ob die Dinger hart sind. P gleich NP bzw. ungleich NP wäre auch noch so ein Problem, da werden wir aber noch drauf zu sprechen kommen wahrscheinlich. So, also ist das Problem, dass wir das hier nicht effizient berechnen können. Und das ist eine ziemlich krasse Annahme. Es könnte natürlich sein, dass wir das hier sehr, sehr effizient berechnen können. Zum Beispiel, wenn Quantencomputer rauskommen, können wir das wahrscheinlich tun. Das hat noch niemals ausprobiert, aber es gibt diverse Algorithmen, die zum Beispiel faktorisieren können, also zerlegen können, eine zusammengesetzte Zahl in ihre Faktoren zerlegen, also zum Beispiel x mal y. Ich zeige es euch gerade kurz. x mal y liefert mir irgendein z. Das muss jetzt nicht irgendwas Spezielles sein, kann auch wieder in der zyklischen Gruppe sein. x und y können Primzahlen sein und aus z wollen wir jetzt x und y wieder rausfinden. Und das nennt sich faktorisieren. Das kann man mit Quantencomputern dann höchstwahrscheinlich effizient tun, genauso wie dieses, den diskreten Logarithmus, so heißt das hier. Den kann man dann höchstwahrscheinlich auch effizient berechnen. Deswegen ist das Verfahren nur so lange sicher, bis Quantencomputer rauskommen. Dann haben wir nämlich alle ein Problem und dann müssen wir auf andere Verfahren umschwenken, um immer noch sicher zu sein. Und da werde ich euch dann auch noch ein Verfahren vorstellen, aber natürlich möchte ich euch erstmal die Standardverfahren vorstellen. So, genug gelabert. Das hier ist angenommen, upsala, dieses Logarithmus-Ziehen wird angenommen als schwer und darauf beruht sozusagen das ganze Diffie-Helman-Problem oder der Schlüsselaustausch von Diffie und Helman. Waren übrigens zwei, also nicht einer, der Diffie-Helman hieß. Und ja, nächstes Mal machen wir dann den Decisional Diffie-Helman-Ansatz. Der ist eigentlich ziemlich leicht, wenn ihr das hier verstanden habt. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, war ziemlich theoretisch heute und wieder mal sehr mathematisch, aber ich glaube, es ist dringend notwendig, dass ihr versteht, worum es hier ging. Okay, dann war es das und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. 1, 2, 3, 4.